Hallo ihr Lieben, hier ist Maike von Gusti Leder und ich zeige euch heute, was ihr machen könnt, wenn eure Gusti Tasche etwas zu stark nach Leder riecht. Zuerst sollte aber gesagt werden, dass unsere Nature Taschen ein Naturprodukt sind und dass dieser typische Ledergeruch manchmal auftreten kann. Hilft mehrtägiges Auslüften bei euch nicht, diesen Geruch zu vermindern, gibt es einige Tricks, die ihr anwenden könnt. Eine gute Möglichkeit, Ledergeruch zu vermindern ist, wenn ihr etwas Packpapier oder Zeitungspapier mit einer Sprühflasche befeuchtet und das Ganze dann vorsichtig in euren Rucksack oder eure Reisetasche stopft. Das macht ihr jetzt über einen Zeitraum von circa einer Woche jeden Tag mit neuem Papier. Papier hat nämlich die Eigenschaft, Ledergerüche zu absorbieren. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr eure Tasche nicht nass machen wollt von innen, ist, wenn ihr zum Beispiel eine alte Socke nehmt, natürlich gewaschen, die mit so viel Backpulver wie möglich befüllt, das Ganze verschließt und in eure Tasche tut. Jetzt müsst ihr wieder über einen Zeitraum von circa einer Woche jeden Tag diese Socke und das Backpulver erneuern, denn auch Backpulver hat die Eigenschaft, schlechte Gerüche zu vermindern. Während dieser Woche tut ihr eure Ledertasche am besten in eine verschließbare Tüte oder einen Karton. Wenn ihr den Eindruck habt, dass eure Tasche vor allem von außen nach Leder riecht und ihr diesen Geruch vermindern möchtet, könnt ihr auch einfach die Tasche mit trockenem Packpapier oder Zeitung großzügig ausstopfen, das Ganze wieder verschließen und die Tasche nochmals in eine Lage Zeitungspapier oder Packpapier wickeln. Belastet ihr die Ledertasche nur in diesem Paket für mehrere Tage, hat das Papier auch hier die Eigenschaft, störende Gerüche aufzunehmen und zu absorbieren. Wenn ihr den Effekt noch etwas verstärken wollt, könnt ihr das Paket zusätzlich noch in einen Pappkarton tun. Die vierte Möglichkeit Ledergerüche zu vermindern ist, wenn ihr etwas Lederfett nehmt, ein weiches Tuch und damit vorsichtig die Ledertasche abreibt. Durch die Duftstoffe werden Ledergerüche vermindert und gleichzeitig wird eure Tasche noch ein wenig extra gepflegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und meine Tricks sind für euch hilfreich.